ja so oder immer wieder bei den Lippen zu mehr 2 wie er wird Alisa dabei die jetzt gar nicht der Eier doch er habe ich den Schalter schon gedrückt zu Anliefer Warte mal, ist der Alarm noch? Jetzt ist er aus. Ja, was? Äh, ist hier rum? Richtierer andersrum auch, oder macht das nichts? Ja, dann ist er jetzt aus. Ja, warte, du musst. Oder erst andersrum. Ist richtig, mein Internet ist gerade, ich kann gerade nichts sagen. Achso. Ja. Steckertöfe. Wenn ich zwischendurch nicht rede, keine Sorge. Ja, komm, bring mich um. Äh, fail. Fail one. Ja. Hä, und was haben wir auf? Oh nein. Was haben wir hier links? Äh, da musst du später hin. Ich möchte trotzdem sehen, was hier ist. Da. Nein, 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 da kommen nur zwei Gegner. Und, und. Und die staunen. Nimm doch mal die Automatik. Auf drei. Hä, die hab ich doch. Gar nicht. Du bist ne Nase. Ach ja, du hast den Eintritt, ach ja, ich bin nicht doof. Entschuldigung, Will. Jetzt geht er wieder weg. Sag nicht, du dir auch so stark. Ich hab nur die Uzi, äh, Uzi-Munition genommen. Hm. Ach ne, erst mal drehen. Und drehen. Und speichern. Und umdrehen, und. Stirb. 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 Ich töte mal hinterher gleich. Aha. Das ist schon tot. Ja, genau. Ich bin vielleicht von Bruder. War gut. Ja. Kommt da noch mehr Gegner? Die Tür verarscht ich gleich. Die Tür, die? Nein, nein, nur die Tür verarscht ich gleich. Ja, dass die Tür geht, stimmt so. Na, war klar. Geh auf. Gegner? Nee. Ja. Äh, kommt, kommt, kommt. Hä, wo kommt der her? Hinter dir. Von den Kabinen. Wo du gleich schöne Waffen bekommst. Stirb. Hapuna. Ich sehe, was mit ihr pickt. Du sagst die, jub. Ja, normal. Automatik. Aha. 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 Da ist nichts. Gleich kommt wieder ein Lieblings-Track von dir. Eine Zeit-Typ. Hapuna. Aha. Der größte Scheiß. Wenn man nicht mit umgehen kann und Alisa heißt, ja. Habe nicht so sagt. Ey. Steindrache. Wo? Äh, nein. Erster Level. Ach so. Wo? Ich weiß, das ist, hä? Wiss ich mich jetzt falsch. Jetzt habe ich die Automatik. Krieg, krieg noch mehr. Ja, schau. Ja, schau. Ja, schau. Ja, schau. Ich muss nur irgendwo Scheiter finden. Äh. Hier drin. Nein, nein, du musst, du musst wieder nach rechts. Da auch da drüben. Erste Kabinär, klar. Jetzt Kapinär rechts. Es ist eine Zeit-Tier. Ach komm, laber auch kein. Sprungklasse nachher. Was war die falsche Seite? Hey, ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Wenn du den Scheiter drückst, mach mal am besten eine Rückwärtsrolle. Äh, so ein Sohn 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 Sohn. Training, da. Ja, ich, Hechtrollen nennt man sowas. Mhm. Und dann? Hab ich doch gesagt, und dann runterlaufen. Und dann recht, Toto. Aber springen. Jetzt drehe ich dich nochmal um und springe an die Karte, die da ist. Ah, so. Oh, du. Ah, das muss sich an die Tür festhalten. Nein. Weitere Seite. Yay. Wo, wo, wo hab ich gespeichert? Scheiße. Ähm, genau. Oh. Fäll. Ja. Das war ich bei mir. Stuh. Aha. Okay, auf. Prozent auch sterben Peter hält du doch nicht da wird bei uns in die Sonne bei euch Prozent so halb halb und zwar warm er hat auch die 20 Grad ich bin mit der Hotpenzen gelaufen so, Harpune und jetzt beim Schalter speichern ja ich weiß immer auch nicht, welche F-Taste es ist, ist mir auch egal Hechtrolle und Laufen und hoch und drehen und zack und fail immer wieder wie immer immer immer, wenn ich mit dir irgendwie aufnehme, und spam sie mich zu, wollte ich eine Antwort haben immer, das ist zum zweiten Mal, hooo aber wir haben schon, haaa aber schon mehrmals aufgenommen, das ist ja aber so eine Zeit so 3, 4 Stunden war es immer lang dreiviertel Stunde war es immer lang ja, ja ja, ich hab das geschafft, drückend und drückend und drückend und drückend und drückend das wollte ich doch machen jetzt ja, ja klappt sie wieder ich glaub hier alles wenn er gibt es auch wie ein Treck du bist du nur dass du nur die Erden ja die Rechte raus schiebst was ist dahinter und dann nicht egal ähm mit der anderen ist auch nicht die muss nicht ausziehen doch will ich aber ich mache das auf meine wenn sie schieben würde in weil ich kenne mich nicht an dem Feuer macht ihn noch mehr krank im Hintergrund wenn ich du mein Schwerter da ist es eine Schwerter er hat schon die Tür zu weil sie dies ganze Tag auf wurde die Tür zu ist auch gleich immer wieder sind die Torte Konsequenzen und ihrer nach kommen immer was ist es hier ist es 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 ist bis hin das hat er eine rote Chipkarte ja ich hab da die Leiter schon gesehen aber was ist hier da ist es dass wir so sehen was er uns jetzt die drachen holen ich eben zwar wird der hell vor allem was ist durch noch einmal rumklettern wieder dann nein ich bin verwirrt ja wie immer Alisa verwirrt wenn Menschen immer gehen hier ist doch nichts ich bin auch jetzt in der 8-jährige Leiter in Vergessenheit ich hatte will was anderes da sein um Wohlfängel Wohlfängel sagt nicht die es auf Zeit Ich hasse Tauch-Passagen. Das wird ganz schön eng. Das wird jetzt Quälerei. Äh, ja. Außer war das der nicht Steindrache, sondern Jade. So wie es auch so. Ich habe auch nicht so ein Steindrache gesagt. Ach so. Okay, ich habe nicht so gesagt. Mhm. Ich dachte, Jade wäre immer der letzte Drache, den man bekommt. Golddrache. Eigentlich, aber manchmal eben auch vorbezogen. Ja, da machen würde ich aber mehr Sinn machen. Aber jetzt ist ja auch egal. Ja, jetzt hol dir doch den Drachen. Hm, Mann. Du Nudel, du. Ja, auch nicht schlecht. Äh, Scheller. Scheller. Ich habe hier einmal wieder außen lang laufen. Ja, na toll. Was? Hä, da oben komme ich noch nie wieder hin, oder? Nee, aber du musst ja auch da hin, wo du jetzt hin willst. Du musst ja jetzt zu den Typen da, die du eben da schon kalt gemacht hast. Zu diesem Hund da und zu dem anderen Typ. Hä, und was war, wenn ich die Leiter hochkletter? Welche Leiter? Da. Gerade eben, wo ich die Typen umgelegt habe. Hä? Ich bin nicht. Weil ein Schlägertyp. Ich bin weiter gerade ausgelaufen. Aber links war eine Leiter nach oben. Okay, ich bin sicher. Du lieber einer Drache. Ah, komm. Latoa nochmal. Nein, ich laufe jetzt hin. Ach. Da, jetzt mal die Tür. Kann man sich auch durch die durchbauen? Oh, schade. er ich habe schon viele Bucks gefunden die eben nicht tut mir leid einfach dagegen gesagt Kamera FDW die ist immer schön ne drehen und halte ich fest und nach unten und zack los kletter schneller ich hasse klettern das ist ja nur so lange dann hast du zuletzt gespeichert muss ich eh gleich erstmal hier nach oben aufnahme nach ja ich will jetzt hier nach oben und dann mache ich einen Cut das ist alles schon durchdacht gestaltet gut gut hier speichern wir und machen Cut bis gleich bis gleich bis gleich hier ganz